Der Flughafen Rom-Urbe ist ein nördlich von Rom gelegener kleiner Flugplatz der italienischen Hauptstadt, auf dem vorwiegend die allgemeine Luftfahrt abgewickelt wird. Auf dem Flugplatz hat der Aeroclub von Rom seinen Sitz. Die Flughäfen Rom Fiumicino und Rom Chiampino dienen der Stadt Rom als Verkehrsflughäfen. Verkehrsanbindung Unmittelbar östlich des Flugplatzes führt die Via Salaria vorbei. Nach Norden verbindet sie den Flugplatz mit dem Autobahnring A90 und mit der Autostrada del Sole, nach Süden mit der römischen Innenstadt. Parallel zur Salaria verläuft eine Bahnstrecke. Nahe dem Flugplatz befindet sich ein Bahnhof, von dem aus über die S-Bahnartige Linie FL1 die Innenstadt erreicht werden kann. Allgemeine Luftfahrt Im Bereich der allgemeinen Luftfahrt wird der Flugplatz vor allem von kleineren Propellerflugzeugen genutzt. Während Geschäftsreiseflugzeuge vorwiegend nach Chiampino fliegen. Vom Flugplatz Urbe aus werden unter anderem Rundflüge und Lufttaxidienste angeboten. Der Flugplatz dient auch als Heliport, unter anderem für Sicherheits- und Zivilschutzbehörden. Geschichte Der Flugplatz Rom Urbe wurde 1928 als ziviler Flugplatz eingeweiht. Auf einem Abschnitt des in unmittelbarer Nachbarschaft vorbeifließenden Tiber sollten auch Wasserflugzeuge starten und wassern. Doch wurde dieses Projekt nie realisiert. In den 1930er Jahren hatte die Nationale Fluggesellschaft des faschistischen Italiens die ALA Littorio hier ihren Sitz. Von 1931 bis 1934 bildete der Flugplatz die Rennstrecke Pista del Littorio, auf der unter anderem 1932 die Motorrad-Europameisterschaft ausgetragen wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Flugplatz für militärische Zwecke genutzt. Nach dem Krieg plante man Rom Urbe zum zentralen Verkehrsflughafen der italienischen Hauptstadt auszubauen. Die städtebauliche Ausdehnung von Rom in Richtung Norden verhinderte jedoch jegliche Ausbaumöglichkeiten, weswegen der Flughafen Rom Chiampino bis Anfang der 1960er Jahre der internationale Verkehrsflughafen Roms wurde. Der Flugplatz Rom Urbe wurde in den letzten Jahren modernisiert und um einen Helipod ergänzt. Ausbaupläne Eine zweite, 1400 Meter lange und 23 Meter breite Start- und Landebahn ist im Bereich des Flussbogens geplant. Damit soll der Flugplatz auch für Maschinen der Größe einer Volken 900 geöffnet werden. Mit der derzeitigen Bahn würde die neue Piste die Form eines V bilden. Westlich entlang des Tebas sollen Wartungseinrichtungen entstehen, im Nordosten neue Abfertigungsanlagen. Weitere Flugplätze Der knapp 30 Kilometer nordöstlich von Rom gelegene Militärflugplatz Kidonia steht der allgemeinen Luftfahrt eingeschränkt zur Verfügung. Der zwischen Chiampino und der Innenstadt gelegene ehemalige Militärflugplatz Rom Centocelle, einer der ältesten Flugplätze Italiens und ehemaliger Sitz des römischen Aero-Clubs, ist mittlerweile weitgehend aufgelassen worden.